Das ganze Programm hier ist, etwas zurückzugeben und in die Bildung zu investieren, sodass die übernächste Generation auch eine Chance hat. Es kommt nicht darauf an, was wir uns vorstellen, was gelehrt werden soll, sondern es kommt ausschließlich darauf an, was die Lernenden gelernt haben. Also müssen wir das optimieren. Ich finde, dass wir einen Beitrag leisten zur Weiterentwicklung unserer Industrie aus der Hochschule heraus. Den Firmen kann geholfen werden. Es ist interessant, dass wir internationale Verbindungen haben. Wir fühlen uns sehr komfortabel, dass wir diese Gemeinschaft kreieren. Wenn wir Spaß haben, leisten wir viel mehr. Überhaupt die akademische Ausbildung sollte mehr Spaß machen. Lass uns zurückkommen, wo wir kamen, wenn wir kreativ waren, wenn wir eigentlich gleich waren, obwohl wir unterschiedliche Qualitäten hatten. Das war immer mein Wunsch, dass ein universitäres Gelände sich nicht irgendwie einengt, sondern dass man da die fünf Jahre, die man wirklich frei ist im Leben als Student genießen kann. Das war immer mein Wunsch. Das war immer mein Wunsch. Also ist es eine Frage, dass wir uns das wieder haben. Vielen Dank. Vielen Dank.